Seit mehr als 25 Jahren ist GranitParts der Partner des Fachhandels und hat sich zu einem der führenden Ersatzteil Großhändler Europas für Land- und Baumaschinen, Gartentechnik und Hydraulik entwickelt. Ein hochmodernes und ständig wachsendes Logistikzentrum in Heslingen ermöglicht den Versand von bis zu 40.000 Paketen täglich. 290.000 verschiedene Artikel sind ständig verfügbar und somit sofort versandbereit. 7000 Positionen erreichen den Wareneingang von GranitParts jeden Tag. Um Ersatzteile in verschiedensten Formen und Größen bereitzustellen, verfügt das Logistikzentrum über spezialisierte Lagerbereiche. In der Fachbodenanlage befinden sich insgesamt 600.000 Lagerorte für Kleinteile. Das automatische Kleinteilelager ermöglicht Zugriff auf 100.000 weitere Lagerplätze. Im Palettenlager stehen insgesamt 7.500 Stellplätze mit 2.500 Kommissionierlagerorten zur Verfügung. Zusätzlich sorgt ein Schmalganglager mit 30.000 Palettenstellplätzen für Nachschub. Alle Artikel werden anschließend vollautomatisch zu den Verpackungsstationen transportiert. Möglich macht das der Konsolidierungspuffer, der pro Stunde bis zu 7.000 Behälter ein- und auslagert. An 80 Packplätzen werden die Artikel für die Auslieferung verpackt, verschlossen und über Versandrutschen dem Warenausgang übergeben. Bis zu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Logistikzentrum rund um die Uhr im Einsatz. Alle Prozesse werden dabei fortlaufend überwacht, angepasst und verbessert. Dieses komplexe System ermöglicht außergewöhnliche Lieferzeiten. Alle Bestellungen bis 18 Uhr erreichen ihr Ziel am nächsten Morgen. Die maximale Logistik-Performance bildet zusammen mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung die Basis für den Erfolg von Granitparts. Heute und in der Zukunft.